Hast du einen Freund oder eine Freundin, mit der du so gerne am Nachmittag zusammen spielst? Und wo du das kaum erwarten kannst, dass ihr euch wieder seht, um gemeinsam draußen in der Natur herumzurennen oder irgendetwas Tolles zu bauen? Und genau so ging es auch der Mila. Die Mila hat eine neue Freundin kennengelernt, die in die Nachbarschaft gezogen ist, nämlich die Franzi. Und sie verstehen sich so gut, dass sie jeden Nachmittag draußen auf der Wiese verbringen und jeder bringt so seinen Puppenkoffer mit und dann spielen sie vergnügt draußen mit ihren Puppen und Tieren auf der Wiese. Und so kam es auch wieder, dass Mila es kaum erwarten konnte, am Nachmittag mit ihren Spielsachen auf die Wiese runterzurennen, um mit ihrer Freundin, der Franzi, zu spielen. Aber sie war ganz erstaunt, dass diesmal Franzi ohne irgendwelche Spielsachen dastand. Ja, Mila, es tut mir leid, ich habe heute keine Zeit, ich muss nämlich auf meine Schwester aufpassen. Im ersten Moment war Mila sehr enttäuscht. Kennst du das auch, wenn du dich schon den ganzen Vormittag darauf gefreut hast, am Nachmittag Zeit mit deinem Freund oder deiner Freundin zu verbringen und dann klappt es doch nicht? Aber Mila wollte nicht so schnell aufgeben. Sie wusste gar nicht, dass Franzi eine Schwester hat und so fragte sie, oh, du hast so eine kleine Schwester? Franzi zögerte ein bisschen und meinte dann, na komm mal mit. Und so ging sie mit Mila zusammen um die Hausecke, wo ihre Mama mit ihrer Schwester wartete. Sie hatte keine kleine Schwester, nein, eine größere Schwester, die schon zwölf Jahre alt war. Ihre große Schwester hieß Steffi und Mila war im ersten Moment sehr erstaunt, denn Steffi saß im Rollstuhl. Ihre Mama erzählte, dass sie mit einer Lähmung auf die Welt gekommen ist und nicht so richtig sprechen kann, so wie das zwölfjährige Kinder tun. Und dass sie eher so denkt wie ein Kindergartenkind. Und auf einmal tat ihr Steffi ganz leid. Sie sitzt hier immer nur im Rollstuhl, sie kann nie auf der Wiese so herumrennen wie sie und kann vielleicht auch nicht so mit den Puppen spielen oder sie in der Hand halten wie sie. Und auf einmal kam Camila ein Gedanke. Was ist, wenn wir einfach Steffi mitnehmen, auf die Wiese, auf die Decke legen und wir versuchen zusammenzuspielen? Natürlich half ihre Mama bei der Idee, das umzusetzen und holte Decken und Kissen, dass es Steffi dann auch ganz bequem hatte in der Wiese. Und Mila und Steffi waren sogar so großzügig, dass sie ihre Sachen mit ihr teilten. Und die Steffi war so fröhlich und lachte. Sie konnte an der frischen Luft sein, sie konnte den Mädchen zuschauen oder selber mal eine Puppe in der Hand halten. Und so war es dann doch ein ganz schöner Nachmittag. Ganz anders als erwartet oder wie geplant. Und ich wünsche euch auch, wenn ihr mal ein Kind seht am Rande vom Spielplatz an eurer Nachbarschaft, das vielleicht eine andere Hautfarbe hat oder ganz anders sich verhält, als wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Dass ihr auch Mitleid mit diesem Kind habt und den Mut habt, auf es zuzugehen und auch es mit einzubeziehen, gemeinsam zu spielen. Und ich wünsche euch, dass ihr dann auch einen ganz tollen Nachmittag zusammen erleben könnt. Vielleicht viel schöner als nur zu zweit.